Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4 und hallo Kyrie, sie wollte gerade die Aufnahme sprengen. Wo waren wir stehen geblieben, wo waren wir stehen geblieben? Wir machen einfach paar Questes. Geh zum toten Briefkasten. Ja, ok, gehen wir hier hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich muss nachdenken. Oh, fuck! Ok, das ist übertrieben und hier leuchtet etwas blau. Blauer Schimmel? Wie, was ist das? Ach ja, das ist das Mausoleum. Ja, wir kennen das ja. Moment. Wir laufen sogar in die falsche Richtung. Super! Da ist wieder etwas blau. Ah, diese Radioaktivität. Das ist nicht gesund für meine Haut. Ah! Andererseits, als Gull bleibe ich ewig jung. Aber dafür sehe ich dann aus wie eine verrottete Leiche. Ja. Okay, wir sprechen zuerst hier mal. Dann schauen wir... Ah ja! Polizeirevier bla bla bla. Und hier haben wir... Mars Fusions Endlagerstätte. Und hier sind Supermutanten. Okay, hier ist eine Ablagestelle für hochgefährlichen radioaktiven Möll. Und hier hausen Supermutanten. Ja, ich weiß, Supermutanten haben kein Problem mit Radioaktivität, aber... Trotzdem, das ist schon ein bisschen schräg. Gut. Oh, eine Fischerhütte. Bin ich im Wasser? Nein. Noch nicht. Ein Kampfmesser. Ist hier jemand? Im Moment nicht. Aber wenn es so weiter geht, werde ich bald nur noch aus Haut und Knochen bestehen. und labbriges Fleisch, das mir den Kopf runter... Bäh. Runterrennt. Wie schön. Ja, das brauchen wir. Moment, das warst doch du, oder? Okay. Gut. Ich muss vor. Redaway nehmen. Und hoffen, dass alles wieder gut wird. Und da ist der Bike natürlich auch. Verdammtes blödes Wetter. Und wie die Gegend hier nur aussieht und... Und hier in der Nähe ist noch so ein Wrack. Gut, wir gehen mal da hin und überprüfen mal die Lage. Okay. Okay, da ist ein Skorpionjäger. Hopp. US-Army-Bunker. Gut, gehen wir rein. Fuck, auch hier gibt es dann in weiße Radioaktivität? Ist... Ist das deren fucking ernst? Okay. Komm, Korken. Experte. Ich bin leider kein Experte. Gut, hier sind sonst nur Hanteln und all das Zeug. Buff-out. Zum Trainieren und so. Sandpasta. Okay, gut. Dann hätten wir... Psycho. Dann hätten wir hier alles geleert. Und jetzt... Gehen wir raus. Hopp, 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 hopp. Aha. Okay, was erwartet uns da oben? Und jetzt... Dann gehen wir weiter. Verdammt, dieser Geigerzähler. Und hier ist vollkommenes Ödland. Also hier kann man richtig von Ödland reden. Oh, Gott sei Dank. Gut, du wirst es nicht anders. Verdammt. Verdammt. Sind noch im Akzept. Sind noch im akzeptablenen Bereich. Gut. Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Ja, du sagst was. Aber was ist das? Oh, und da ist eine Stadt. Okay, das ist radioaktiv verseucht. Und hier haben wir... Eine totes Kralle. Eine fucking totes Kralle. Okay, tot. Sonst noch Fragen? Gut. Nein. Die totes Kralle ist tot. Der Siedler ist tot. Okay. Warn, wir Siedler. Legen wir ein bisschen. Sonst kann man nichts gebrauchen. Boah, da greift man alles mögliche an. Okay, da wir es überlebt haben, speichern wir kurz. Und gehen hier rein. Hup. Ich habe schon langsam Paras. Okay, es scheint ruhig zu sein. Vielleicht gibt es etwas oben noch, das uns weiterhelfen kann. Wie zum Beispiel ein Safe. Hey. 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 Perfekt. Das wär's. Okay. Wir sind geschickt mit einer A-Klammer. Was ist das? Hm. Nachts. Okay, die Siedlung sieht halbwegs gut aus. Wir gehen langsam runter. Hoffen, dass es in der Kirche brennt, tonnenweise lehrt. Super Mutanten. Hier sind es Super Mutanten. Toll. Wir sind in ein Super Mutanten-Gebiet eingedrungen. Waffenbank, sonst nirgends. Oh. Nein. War nur Schrott. Okay, sonst. Gut. Okay, es scheint können wir sogar rüberschauen zum... zum Lake. Gut. Gut. Ach ja, ich wollte noch, bevor ich es vergesse, Waffen und zwar... Genau. Das hier ein bisschen. Viele Schüsse haben wir für hiervon? Nein. Für hiervon. Okay, haben wir noch ein Stück. Und das will ich auch zu Favoriten einsetzen. Beim 7. 7. 7. 7. Okay. Wir können es vorerst wegpacken. Dann schauen wir uns ein bisschen um. Oh. Oh. Sensor-Module. Gut. Ah, super Mutanten. Die sind nicht gerade die leichtesten Gegner. Geh mir aus dem Weg. Danke. Briefkasten ist leer. Nattig Banks. Okay, Nattig Banks. Irgendwo hier ist das das Polizeirevier ist Bux. Ist das das Polizeirevier? Ja, ist es. Oh, hier kann man sogar Bücher zurückgeben. Überfällige Bücher zurückgeben. Ja, ja. Ja, ja. Und Marken ausgeben. Was kann man dafür ausgeben? Ein Stift. Schicke Haarpöße. Kaugummi. Keine Stift. Zurück. Ne, 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 danke. Wenn wenigstens ein besseres gutes Zeug da gewesen wäre. Aber nein, es muss ein Süßkuchen. Ja. Untergebe-Curie vollkommen recht. Okay, wir haben hier alles. Gut, in diesem Polizeirevier ist nichts. Außer treibende treibende gummibeschichtete Reifen. Keine Ahnung. Aber fahren diese Autos hier? Also ich meine ist es nicht so, dass sie schon fliegen? Oder irgendwie so schweben? Ich glaube nicht, dass die Räder hatten oder doch. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Ja. Leider, Curry. Leider musst du das. Äh, Moment. Hier war doch... Hat ein Gift. Nicht unbedürnt meine erste Wahl, aber okay. Überfälliges Buch. So schnell kann es gehen. Und hopp. Grundkorken und sonst noch ein Spezielles. Gut. Rückgabern. Nach Verbußen und der Strafe. Okay. Karte aktualisiert. Wenn das... Aha. Gut. Ups. Einmal zu weit. Und hier. Okay. Die Karte wurde aktualisiert. Höchst wahrscheinlich für den nächsten Ort an dem... Also für den nächsten Ort, wo ein Revier zu sehen ist. Ja. Mhm. Okay. Die Todeskralle ist tot. Gut. Wo ist der nächste Supermutant? Ich dachte wirklich, hier würde es vor Supermutanten nur so wimmeln, aber... Die wurden... Also die meisten wurden von der Todeskralle zu Schaschlik verarbeitet. Und um ganz ehrlich zu sein... Mir gefällt's. Also... dass sie zu Schaschlik verarbeitet wurden. Okay. Dafür sind... Ein wilder Ghoul. In einem Sarg. Okay. Keine weiteren Fragen. Ein wilder Ghoul in einem Sarg. Gut. Sonst... ist hier alles dacko. Aha. Überall Ketten. Die Supermutanten haben wohl etwas mit Ketten. Schmutziges Wasser. Schmutziges Wasser. Gut. Au. Gut. Dann halt in die nächste... in die andere... Richtung. Perfekt. Geschafft. So... Ah. Also die Aussicht von hier oben ist himmlisch. Oh. Und wir haben auch noch einen riesigen, riesigen Friedhof. also... ein etwas größerer Friedhof. Aber... Nein. Oh. Gott sei Dank. Kommen jetzt Ghoul aus dem Boden geschissen? Hä? Da habe ich etwas gehört. Ich habe glücklicherweise Kampfhandlungen werden fortgeschritten. Ach, die sind so gefalltetisch. Okay. Eine Kampfflinte habe ich. Das war wohl der Hund des Hauses. Hm. Erstwahrscheinlich und ich habe ihn einfach getötet. Tja. Ich bin manchmal schon barbarisch. Kommt so rum. Gut. Und weiter kommen wir, nicht? die Treppe geht weiter hoch, aber man kann nicht weiter hoch. Ah. Gut. Ich stelle keine Fragen. Okay. Das ist Greta, die draußen rumwatschelt. also kein Problem. Kein Problem. Hm. Eine Waffe. Stellentransfer. Aha. Trink. Nein. Das ist nur Gras, das sich draußen bewegt hat. Ich dachte schon, da wäre noch irgendjemand oder irgendetwas. Gut. 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 Perfekt. Alles geplündert, was zu plündern war. Ja. Gut. Dann gehen wir ab zum toten Briefkasten. Gut, das wäre fast schief gegangen. Das nicht. Das habe ich ja gesehen. Nein. Komm schon. Lass mich drauf. Okay, dort ist der tut der Briefkasten. Das. Okay, wir haben alles genommen. Das Kuri. Ich dachte, sie wäre noch hinter uns, aber nein, sie ist schon vorgelaufen. Okay. Man hätte es auch von hier aus plündern können. Gut, kein Problem. Atombunker für kleines Geld. Ja, wir wissen es. Ist das eine Siedlung? Nein. Komm, schau rüber. Äh, frisst Blei? Aha. Und weg. Wow. Wer schießt jetzt noch mit eine Panzerfaust durch die Gegend? Ist der verkloppt? Oh. Dein Zeug ist dem ganzen Aufwand hoffentlich wert. Mein Freund? Du meinst Kyrie? Ja, sie ist uns wert. Wir sind nicht mehr wert als ihr. Okay, wir sind gestorben. Robko Fun. Pip Fall. Okay, das könnte spaßig sein. Also, auf dem Dach ist im Moment niemand. Gut, sie ist weg. So. 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 So, runter und der ist weg. Das ist der Pack. Das ist der Pack. So. So, erstens einmal hoch, hoch, hoch in den Kopf. So. 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 da evolutionsschwert von mir aus kampf okay nichts gutes sie was hat sie raketen raketenwerfer brauche ich nichts sonst nur schrott wo ist der typ mit den power rüstung also nicht power rüstung sondern kampf rüstung genau der stand hier leder kampf 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 okay nichts robustes und auch nichts besseres okay das ist in der wand eingelassen also nämlich anders war nicht ganz so gut verdammt er hätte den typen also wenn sie sich diese rüstung genommen hätten der ich sowas waren am arsch gewesen gut das kaugummi haben wir sonst ist hier auch nichts mehr von bedeutung nein gut und hier haben wir was auch einen raider stützpunkt nein wilde guhle gut da wir die gegend gesäubert haben gehen wir zum toten briefkasten und machen diese quest weiter augusta meldung gut daten nein es waren items und dann diverses augusta meldung augusta meldung gut das andere muss auch eine meldung heißen oder in richtung schlüssel ausrichtung blablabla suche gerade nach meldung schlüssel ausrüstung passworte 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 na hier oben platz modell moderne Winters Ende, aha. Hmm, ich sehe keine weitere Meldung bis jetzt und wir sollten bald durch sein. Ja, wir sind durch. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.